Ich bin der Sascha und ich bin seit 31 Jahren Dachdecker und davon 24 Jahre als Dachdecker Meister und ich möchte gerne Mister Handwerk werden. Ich möchte das Gesicht sein für junge Menschen, für das Dachhandwerk. Ganz wichtig beim Dachdecker Verantwortung. Wir müssen uns vertrauen, wir müssen zusammenhalten, weil wir müssen Dachlatten festnageln, wo der Kollege sich vielleicht draufstellen muss. Hier ist ganz viel Teamwork gefragt, Zusammenhalt. Dafür möchte ich einfach junge Menschen, junge Jungs, junge Mädels begeistern, ins Handwerk zu kommen und da würde ich mich freuen, wenn ich eure Stimme bekomme.